Hallo YouTube, mein Name ist Manu von Jeanhilft dir und ich zeige euch heute, wie man alte Spiele, DOS-Spiele, auch auf einem neuen Windows 7 PC spielen kann. An einem Beispiel zeige ich das und zwar an dem Beispiel Siedler 2. Und zwar ist Siedler 2 ein Spiel, was man ja, dadurch dass es auf DOS programmiert ist, damals auf Windows XP noch spielen konnte, damals vor Windows XP auch. Auch seit Windows Vista, ich weiß nicht wie es bei Windows Vista ist, aber seit Windows 7 auf jeden Fall kann man es nicht mehr spielen. Aber manch einer möchte das vielleicht noch spielen und so gibt es die Möglichkeit über ein Zusatzprogramm, was ich jetzt in diesem Video vorstellen werde, das Ganze trotzdem zum Laufen zu bringen. Dieses Zusatzprogramm heißt DOSBox. DOSBox ist ein Emulator, ich nenne es mal Emulator. Es ist ein Programm, was ein DOS-System emuliert quasi. Ich habe dieses Siedler 2 Spiel original mir gekauft natürlich, beziehungsweise irgendwann geschenkt bekommen, habe mir die Installationsdateien von der CD auf meinen Computer, auf meine übervolle Festplatte, C unter dem Ordner S2 rübergezogen, rüberkopiert. Das geht so ein bisschen einfacher, weil man bestimmte Dateien kann man ja nicht ändern, weil wir auf der CD sind. Das heißt, das ist das Erste, was man machen sollte, sich die Installation, wenn man sie nicht gerade schon auf dem PC hat, sich nochmal auf den PC zu ziehen. Dieser Bluebyte Ordner wird bei euch nicht verfügbar sein, höchstwahrscheinlich, weil das für mich schon der Ordner ist, wo ich das Ganze rein installiert habe. Jetzt geht es um das Programm DOSBox. Ich schließe das mal wieder, hier das Fenster. Genau, das DOSBox-Programm sind zwei DOS-Fenster. Der eine, weiß ich nicht, ist eigentlich nicht so interessant. Der andere ist interessanter, deswegen schiebe ich das mal oben drüber und wird wahrscheinlich ranzoomen im Nachhinein. Hier kann man jetzt verschiedene DOS-Befehle eingeben. Wichtig ist, dass man diesen Ordner, den man da hat, sozusagen als ein Laufwerk einbinden muss. Das heißt, einen Ordner, den wir haben, dieser S2-Ordner, den werden wir jetzt als ein Laufwerk erstmal definieren und dann einbinden. Und das geht, wie man es so schön kennt, mit dem Fachbegriff Mount und den tippen wir erstmal ein. Und danach müssen wir sagen, welchen Laufwerksbuchstaben das Ganze haben soll. In diesem Fall jetzt C und dann müssen wir, also natürlich immer mit einem Leerzeichen dazwischen, müssen wir angeben, auf welchem Pfad, also welcher Ordner jetzt diesem Laufwerk C zugeordnet werden soll. Und dieser Ordner ist zufällig C, Doppelpunkt, Strich, Strich oder Backslash, je nachdem, wie man möchte. Ich mache auch mal ein großes C da draus. Und, ähm, S2. Dann einmal auf Enter und dann sehen wir, Drive C is mounted as local directory C, S2, bla. Heißt auf jeden Fall, äh, dass wir jetzt diesen Ordner, S2, den SILA2-Ordner, definiert haben als Laufwerk C. Jetzt müssen wir Laufwerk C noch einbinden, weil wir ja momentan noch auf Laufwerk Z sind. Und das machen wir, indem wir einfach C Doppelpunkt eintippen und dann sind wir auf C. Jetzt können wir meinetwegen über DIR, nicht Sir, sondern DIR, das ist der Befehl, damit man sich erstmal angucken kann, was da alles für Dateien drin sind im Ordner. Können wir uns das Ganze mal angucken oder wir gucken uns das nochmal hier an, zum Vergleichen. Diese Datei, wow, nein, das noch nicht hier. Diese Dateien, die wir hier sehen, beziehungsweise diese Ordner und die Datei sind hier verfügbar. Jetzt müssen wir einfach nur den Namen der Exe-Datei eingeben und schon startet sich die Installation. Quasi in diesem Fall könnte man davon ausgehen, dass die Setup.exe die Installationsdatei ist. Deswegen gehen wir einfach mal Setup ein und schon sehen wir, wir haben, so wie das programmiert wurde, die Installationsdatei von Siedler 2. Welch ein Erfolg. Jetzt können wir hier auch mit unserem Mauszeiger reinklicken, um dann den Mauszeiger zu benutzen, den wir benutzen wollen. Das Ganze ist ganz toll und jetzt können wir hier angeben, wo wir das hin installieren sollen. Ich habe jetzt erstmal auf Enter gedrückt, dann wird das Ganze installiert. Das dauert, glaube ich, auch nicht lange, das ist ja jetzt nicht so ein Spiel, was total viel Speicherplatz wegnimmt. Wird auf jeden Fall gleich installiert. Und ich versuche einfach mal in der Zwischenzeit die Zeit zu überbrücken, während das installiert wird, denn ich kann ja jetzt nichts machen. Es ist Fakt, dass, Moment, ich muss erstmal wieder rauskommen hier, genau, oh, jetzt muss ich wieder reinkommen, genau, wurde erfolgreich installiert. Jetzt müssen wir oder können wir die Soundkarte einstellen, das ist auch noch wichtig. Damit wir, damit der Sound auch funktioniert. Und dafür haben wir hier die Möglichkeit, wir haben übrigens die Möglichkeit sowieso in der DOS-Box, wenn wir einen Cursor haben, den mit unserer Maus zu bewegen. Ha, ha, ha. Und dann blinkt hier so was Oranges, was dann irgendwie, wenn Schrift da ist, hell orange wird oder was weiß ich. Select and configure MIDI Music Driver. Okay, da, ähm, ja, können wir einen auswählen. Ich, äh, also da würde ich natürlich hier, nein, Moment, ich habe es auch nur durch ein Tutorial. Den ersten auswählen, genau, den allerersten, weil es der Standard ist. Und dann wird das Ganze automatisch, ähm, konfiguriert, ähm, wurde erfolgreich detected und ich sage, okay, ist in Ordnung. Ähm, danach müssen wir natürlich den digitalen Audio Driver auch noch, äh, äh, auswählen. Dann nehmen wir auch Creative Labs Sound Blaster. Ähm, das ist der erste, der da ist und lassen das wieder automatisch, äh, 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 genau, äh, das automatisch, ja, konfigurieren, so. Mir fehlt das Wort. Dann können wir einmal auf Done klicken und, äh, können dann eben noch die Bildschirmauflösung vom Editor ändern. Ist auch, weiß nicht, ob man, ob man überhaupt den Editor irgendwann mal braucht. Ähm, kann sich zusätzliche Informationen durchlesen, ist das toll. Auf Benden klicken habe ich auch noch nie gemacht. Blue Byte News oder man kann das ganze Programm verlassen. Und nun hat man die Möglichkeit, man sieht schon, man ist hier in der DOS-Box auf C, Blue Byte, Siedler 2. Ähm, und jetzt hat man die Möglichkeit einfach über S2, weil, ich zeige das mal hier nochmal daneben. Ich habe das jetzt unter C, B, 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 Blue Byte, vielleicht, ähm, warum findet er das nicht? Aktualisieren. Moment. C, ah, Moment, ja. Ja, hier ist es C, Blue Byte, Siedler 2. Ich hoffe, ich habe meine Save Games jetzt nicht gelöscht. Ne, habe ich nicht. Hoffe ich mal. Scheiße. Naja, auf, äh, C, äh, kann ich jetzt hier diese S2.exe, heißt die, genau, die kann ich jetzt hier einfach mit, äh, S2 starten. Indem ich jetzt S2 eingebe. Und dann habe ich sogar die Musik, die vielleicht der eine oder andere von euch jetzt hören wird. Ich werde... Nein, ich habe meine Save Games gelöscht. Okay, das war natürlich ein großer Fehler, das zu machen, denn, ich hoffe, ich kriege das irgendwie wieder rückgängig hin. Denn, das, äh, diese, diese, mache ich nachher, äh, diese Save Games, die ich da hatte, die haben nämlich auch eine ganz besondere Bedeutung, beziehungsweise das ganze Spiel an sich hat eine besondere Bedeutung. Und zwar ist es so, dass ich jetzt vor kurzem angefangen habe, einen Let's Play Kanal zu, äh, betreuen, beziehungsweise mit ein paar, äh, Bekannten aus meiner Klasse oder aus meinem Umgebungsfeld, sagen wir es so, habe ich angefangen, äh, einen Let's Play Kanal zu gestalten und, äh, aufrecht zu erhalten und, äh, zu, zum Laufen zu bringen. So, wir haben momentan ganze 5 Abonnenten und deswegen sage ich das hier auch. Ich habe nämlich dieses Video eigentlich nicht, damit ihr was lernt, sondern nur aus Eigennutz gemacht, ähm, damit ihr jetzt auf diesen Kanal gehen könnt, auf diesen Let's Play Kanal, auf dem ich nämlich dieses Spiel, Siedler 2, anfange zu Let's Playen oder angefangen habe zu Let's Playen. Ähm, ja, irgendwas habe ich jetzt vergessen, naja, ist auch egal, äh, den Satz zu Ende zu führen. Und, ähm, ihr könnt da jetzt alle raufgehen, könnt das abonnieren, ich werde einen Link in die Videobeschreibung setzen, ich werde auch einen fetten Link ins Video setzen. Retrikel LP oder, ret, 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 retrikel LP oder retrikel, ret, retrikel, ich kann das immer noch nicht, ich kann immer noch nicht den Namen von meinem eigenen Kanal aussprechen, ist das nicht toll? Auf jeden Fall gibt es dieses, 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 diesen Kanal, genau, dieses, diesen Kanal, den gibt es jetzt auf YouTube und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch da mal rüber guckt und das eine oder andere Video von uns sich anguckt. Ich werde die DOSBox, äh, beenden, ich werde hoffen, dass ich für den zweiten Kanal irgendwie meine Savegames wieder hinkriege und, äh, in dem Sinne verabschiede ich mich von euch mit den Worten, tschüss, bis zum nächsten Mal, ciao. Das war's.